Das ist mein Bruder Wolfgang. Ach, das ist nicht Ihr Freund. Nein, das ist nicht mein Freund. Das ist mein Bruder. Er ist Journalist in Leipzig. Und er möchte mir wieder klatschen, schuld? Auf Wiedersehen, Fräulein Weber. Wir telefonieren übermorgen, ja? Nein, lieber. Das ist mein Bruder Wolfgang. Das ist mein Bruder Wolfgang. Das ist mein Bruder Wolfgang. Ich dachte, ich würde mich nicht mehr interessieren. Ich würde mich nicht mehr interessieren. Nein, danke Peter. Supermarktik. Was ist das? Nein, danke Peter. Supermarktik. Das ist das? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Avant que tout a commencé... Dans ce jardin d'horreur que j'ai pourtant baptisé Temple... Moi une fois et pour toujours, parce que je suis le Verbe. Même si, jusqu'à la marque de la main de l'homme... s'est effacé sur la pierre... ...à jamais. Ok. Wir sind in 1904, und die Regierung verabschiedet, hier sind sie. Die Polizei los bauten überall und die in Spinalanga, dort, neben der Kräfte, damit sie ihre Zeit haben. Isto. Danger für die Gesellschaft. Okay, sie sind hier und organisieren eine Leben. Selbst in diesen Situationen, selbst wenn du genau warum du hier bist, um zu schreven, du willst dich organisieren. Und das dauert 50 Jahre. 50 Jahre auf diese Ile. Und plötzlich, wir finden ein moyen für die Wunschung. Die Typen sind nicht mehr verabschiedet. Wir können uns wiederholfen. Dann gibt es noch mehr Grund für die Wunschung. In 1956, wir retieren alle Menschen da. Und wir nehmen sie hier, in diese Station, près d'Athene, für sie sich zurückzuziehen, bevor sie zurück in den Wunschung. Aber hier, sie sind nicht zurück in den Wunschung. Sie sind nicht mehr verabschiedet. 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 Ich bin nicht mehr verabschiedet. Ich bin nghĩaura, die schöneiable Schreibe huh conditionaliert. Sie sind nicht mehr verabschiedet. Sie sind nicht mehr verabschieden. Die Stauberin, die im Spruch des Parlaments ist, ist der Prozess, der große Stauberin und der Welt zerstörtlich ist. Das war die Fotografie, die in Welzäbien störtlich, die in der Welt. sondern wir lernen, sondern wir lernen. Menschen haben leid, wir brauchen unsere Gelegenheit, wir wollen aber nicht so, es wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen. Wir haben sie eine Anwägung auf dem Wetter und das Austausende die wir jetzt nicht mehr so wollen, sondern auch an die Aufmerksamkeit. Es ist ein Training, wenn wir uns nicht mehr so wollen. Deswegen gibt es ein Training, das wir wissen können. Es gibt keine Stimmatis, die wir nicht mehr können. Wir müssen uns nicht mehr auf dem Platz reinstellen. Wir müssen uns an die Aufmerksamkeit sehen, Das war's. Ich habe Angst, dass die Angst, was sie erinnert. Wir haben sie nicht gesehen. Mieux. Die Angst haben uns nie gesehen. Dann? Ich habe Angst, dass wir uns nicht gesehen haben. Ich habe Angst, dass wir uns nicht gesehen haben. Ich habe Angst, dass wir uns nicht gesehen haben, dass wir uns nicht gesehen haben. Wir wollen uns nicht gesehen haben. Wir wollen uns nicht sehen. Wenn du dich verletzt hast? Wenn du dich verletzt hast? Nein. Wenn es sich erst zu sehen ist. Also, wenn es sich erst zu sehen ist. Wenn du dich verletzt hast. Es sind zwei Frauen, die dich zu holen. Wenn du dich verletzt hast, wenn du dich verletzt hast. Wenn du dich verletzt hast. Und du dich hierher. für immer. Au bagne. Für... für... für die Angst? Für keine Stabilität? Du glaubst du dich dass dieam stattfindet? Wenn du dich verletzt hast? Und wir haben die Lepre gegründet. Enfin, on peut l'arrêter. La Lepre. Alors on te soigne. Tu es guéri. Tu n'es plus Lepreux. Ils disent non. Ils disent... On ne cesse pas d'être Lepreux. Même sans trace. Même si la maladie ne t'a pas détruit. Pour la vie. Avec ta Lepre stoppée. Parce qu'on les repousse. Parce qu'ils nous repoussent. Peut-être parce qu'ils se repoussent. De toute façon. C'est pour la vie. Mais enfin. Le médicament. Il arrête la progression du mal. Il empêche la destruction physique. Non ? La destruction physique. Oui. La destruction physique. La destruction physique. Pourquoi aller chercher des Lepreux ? Pour parler de quoi ? Maintenant. C'est plus pareil. Les nouveaux. Ils ne veulent plus rien faire ici. Ils nous regardent comme des momies. Ils nous croient nés comme ça. Ils entrent ici. Déjà ils pensent à sortir. Guérir et partir. C'est tout ce qui les intéresse. Ils n'acceptent même pas leurs conditions de Lepreux. Ils espèrent les nouveaux. Ils sont ici sur votre chemin. Ils ne sortent comme un combat. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas occupés. Ils ne sont pas tousеть. Ils ne sont pas occupés. Deshalb haben wir unsere Flüsse und auch die Flüsse und die Flüsse, die wir in den Momenten herausgefunden haben. Die Flüsse und die Flüsse sind sehr wichtig. Und wir sind ja unsere Flüsse und die Flüsse sind sehr wichtig.